herzlich willkommen zurück zu kristallis und wir haben das letzte mal die focklamp geholt die kirisa pflanze oder wie auch immer sie heißt und wir gehen jetzt zum bootsmann und geben ihm die lampe wieder die wir ausrüsten müssen sonst checkt er nicht dass wir die haben so online steps the focklamp you went into the cave to give this to me war das richtig ja you have great kura please use my boat as you like wir können das boot benutzen das heißt wir kommen jetzt weiter und ich habe vorhin vergessen ich mache gerade die aufnahme nach der alten also von der vorherigen folge safe state zu setzen das hole ich eben nach tut mir leid werde ich jetzt eben machen weil ich will nicht ich habe schon mal alles verloren noch mal alles nachspielen müssen danke für euer respekt so wir fahren ein boot diesem boot wird uns noch nichts passieren wir werden nämlich jetzt nur auf dieser insel absteigen hier kurz reingehen mit den reden was uns nichts bringt und merken unser boot ist weg aber wir haben unseren freund den delphin doch getroffen und da ist er der delphine please hop on my back i'll take you ever like und jetzt kann ich mit dem delphin schwimmen und können angreifen was mir persönlich nicht passt heißt hier gibt es gegner sowas und ich denke mal weil das wasser gegner sind richtig ich weiß nicht was passiert wenn diese stup nudel schwimmen nix das ist schön hier ist ein leuchtturm wo ich noch nicht weiß wie ich da hinkomme ich gehe jetzt hier weiter take care war das so die nächste hürde und es ist eine stadt hallo stadt sind so wohnen sorsal of the golden blablabla blablabla die haben wohl über die geredet das ist eine stadt ich glaube hier musste ich zum ältesten so weit habe ich auch schon gespielt gehabt du bist der älteste oh sorry i don't out for a minute i'm worth the elder of joe someone came from the next island and asked for a girl's sacrifice if you wish safety to our island one from portua volontiert so blablabla wieso kann ich solche worte jetzt nicht aussprechen she's this monster pray by now ja die wollen nämlich die frauen opfern warum auch immer so ausmachen und ich sollte die flöte auch ausmachen verdammte kacke so wie ich das hasse dieses system und hier war nichts drin anscheinend jetzt wissen wir dass die irgendwelche leute opfern wollten mehr können wir auch nicht machen und haben hier diesen teleport punkt dass wir hier wieder zurück können denke ich ist auch ganz nützlich so und dann schauen wir mal wo wir noch hin können das was auch immer das für ein geräusch was ich gerade von mir gegeben hat egal hier kommen wir nicht weiter hier ist das ende der welt hallo quake naja wo du wärst dich du gibst viel erfahrung fonte take care jetzt komme ich hier sondern dass dieser opfer punkt darstellen irgendwie komme ich hier nicht rein nämlich wieder mit wie ist wieder da wie viel erfahrungspunkte gibst du das würde ich gerne wissen 176 lohnt es sich ja sogar richtig komme ich da hoch nicht wirklich passiert wenn ich bedrücke nix das ist hier hier komme ich nicht vorbei jetzt sind wir an dem punkt wo es wieder so langsam blind steht ich bin jetzt einfach am rand entlang ja toll schießt daneben weil ich ja so toll schieler schielen schielen kann schielen kann ich auch aber zielen nicht so gibt es auch nicht schlecht erfahrungspunkte könnte mir gefallen weil die krake gefühlt mir besser weil die die bewegt sich so wenig und zwei pünktchen die abgefeuert hat war jetzt auch nicht so gefährlich die wassermusik ist genauso episch wie die ganze andere musik hier ist dieser leuchtturm aber die stadt kann mich da nicht theoretisch über die stadt in den leuchtturm rein theoretisch gehen da muss es hier theoretisch ihren weg nach rechts gehen links geben nicht wirklich gibt es nicht kein weg für mich das ist nicht schön nein 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 und mein delphin ist wieder weg auch ich schwebe in der luft cool so aber ich wollte auch reiten 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 sind falsch auf dir sitzen die titel den hallo krakern hallo krakern hallo krakern wie geht es dir denn heute aufzuspucken aber es gefällt mir dass du dich kaum bewegst ernsthaft also nämlich sogar die treffer in kauf ich glaube die höhle kann ich mit den delphin rein das ist die höhle von der königin laut musik moment kann ich jetzt mit dem delphin hier nein das geht nicht das wollte ich nicht und dann ist egal gehen wir zu fuß zu kündigen zum asina ich will always look out for you schön schöne hilfe bist du also gar nicht kommt er jetzt hier hin hallo ach da ist er sehr gut gehen wir mal wieder raus hier okay von hier komme ich dann raus ist nicht mehr dadurch von betötet habe schade jetzt heißt es irgendwie ein weg finden auch ist auch so ihr seht nicht so angenehm aus auch immer ihr seid die musik ist creepy aber ich scheine richtig zu sein musik ist echt warum seid ihr so viele hallo ach du hast nicht genug mal so viel maler brauchst du für die kacke ich wundere sich niemand hat so kommt du jetzt auch kaputt auch euch treffen ist der kacke weil ihr so niedrig sei kann ich raus take care gut schauen wir was auf uns zukommt ich ahne böses mit dieser musik kann man böses ahnen mit ihnen jetzt schritt für schritt voraus ich weiß nicht was�� start nicht haltaloh sie können vergiften das ist nicht toll ist endlich auf der nein ich dachte die hölle kennen wäre euchForm transponant kenne ich auch jeden gut warum sein jetzt könnt ihr das auch noch ihr drecks wie ich ja heute mal auf damit so kannst du das jetzt hallo gut dass ich mir die links gekauft habe dieses plant und ich möchte mich heilen ich möchte mich heilen so muss man den ring hier dringen wir bringen du hast ein feuer richtig alter diese höhle macht sich verrückt oder sich oder sich irgendwie auf der seite bin ich auf der anderen moment du kannst paralysieren das habe ich jetzt nicht vergessen dass ihr das können genau deswegen auch ich renne davor rein das kann doch nicht angehen so viele löses pflanzen kann ich gar nicht kaufen ach ja und du vergiftest mich gleich auch noch wie sie es kommen auch jungs ich springe über euch drüber ihr geht mir voll auf den tis ernsthaft was das schwert was das schwert schnell vor es kommt was bringt mir das nix kann ich hier in der vielen rufen nein stattdessen kommst du wieder aber wie weit der schuss geht auch bin ich gestorben verdammt jetzt müsste ich in joel wieder auftauchen so nein hier auch gut ich beende hier die folge bis zum nächsten mal bis dahin